Ich hab aber trotzdem nur 14 EP bekommen, ey man. TPE, ne, oder? Ich hatte noch ne TPE, ja. Buffed, ey. Gefährliches Gebiet. Was bei diesen ganzen scheiß Sprite-Marks, die Sprite-Marks und die Deck-Marks... Was bei der Klasse? Oh, was bei der Klasse? Ey, mein Tier. Mit der Klasse? Lu, please call us. Was he pushing?